Da sind wir noch größer. Und sind noch keine? Ich gehe mal ins Haus. Gut. In's Haus, ja. Da geht da noch mehr ab, ey. Ich dachte, da war nur einer, Alter. Oh, ein Schlüssel. Scheunenlagerschlüssel Oestramark. Hier liegt am Spiegelschrank oben eine Adrenalinspritze, dass du Bescheid weißt. Warst du in den Kampf eingetreten? Warum? Wo? Okay, ich wüsste nicht, warum ich in den Kampf eingetreten bin. Oh, nein. Nicht schießen. Woher kommt das? Da hatten wir. Mein Begatack hat geschossen. Ich weiß nicht was. Hä? Das ist komplett wirsch. Ich weiß nicht, was da abgeht. Egal, dann lass die einfach schießen. Wenn die da Bock drauf haben. Ich weiß nicht, was da ist geschossen. Ich weiß nicht, was da ist geschossen. Ja, da. Ich weiß nicht, was da ist. Ich weiß nicht, was da ist. Ich weiß nicht, was da ist. Ist das ein Unterschlupf? Ich habe das hier aufgeschlossen. Ich habe eine grüne, eine graue und eine schwarze hatte ich. Oh, da ist ein Setter. Ich lege mal los, ne? Und da hinten direkt. Das hat mich auch gesehen, oder? Na, erstmal auf niemanden. Aber du kannst ja auch in Deckung gehen. Wenn du nachlesst. Weißt du, was der Traum wäre? Das wäre ein lilanes, äh, eine lilane Panzerfaust, Alter. Das wäre nice. Das wäre schön. Aber gelb ist das höchste. Ja? Ja. Dann eine gelbe. Uff. Er gönnt uns nicht. Diese Viecher, die fressen echt viel, ne? Ach so. Jawoll. Jawoll. Und was? Viel Zeit können. Ich schaue nochmal eben hier oben ein bisschen rum, ob ich noch was finde. hier drinnen. Hier drinnen in dem Zelt sind auch noch Sachen, ne? Falls du nicht geschaut hast. Kann man nicht aufmachen? Kann man nicht aufmachen? Zwischendurch sind hier noch ein paar Leichen irgendwie. Hast du auf dem Dach schon? Nein. Oh. Oh, Junge. So. Nice. Dankeschön. Oh. Na ja. Hätte jetzt klappen können. Okay. Ja dann, äh, gehe ich mal da hinten looten, ne? Ja. Ja. Den wir gerade gemacht haben. So, jetzt haben wir den blauen Punkt ja gemacht, ne? Willst du jetzt den roten machen, oder? Was willst du jetzt? Äh, den roten. Was ist denn das? Lass mal schauen. Das ist die Basis hier. Das ist das, was du eigentlich auch wolltest, ne? Ja. Ja. Okay. Ja, dann, dann gehen wir da hin. Ist das wirklich das? Ne. Das ist das hier. Guck mal. Was? Ich mach mal, ich mach mal Wegpunkte hin. Da, da wird bei mir rot angezeigt. Ich mach mal Wegpunkte hin. Wo ich eins gemacht hab. Und das? Das ist, äh, ein Gegner. Das ist ein Gegner, ja. Ja, äh, also willst du auf das andere? Dann setz mal Wegpunkte hin. Das ist, äh, warte mal. Das ist ja orange, äh, orangeer Kreis ist da von mir, dass alles läuft. Ja. Ja. Wir können auch die Gegner machen. Wie du willst, sag einfach an. Wir gehen dahin, wo du möchtest. Wir können das nicht so gut gemacht. Da ist Level 4. Da wird's noch. Okay. Also ein bisschen kann ich noch tragen, ne? Ich bin fast wieder voll. Danach müssen wir wieder ablegen. Ja, das ist wieder mitmachen. Dann wird. Ja. 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 Das ist voll eklig sein, durch so ein Feld zu laufen. Ich kann mir richtig vorstellen, wie das so mockt, Alter. Wie das so richtig läuft. Wie die Schuhe dann so. Kennst du das? Ja. Das kann ich mir richtig vorstellen. Guck dir das an, wie das glänzt. Das, das sieht doch schon so aus, als wenn das so mockt, ey. Ey. Komm schon gerade. Ja. Könnte sein, dass das der Gegner ist? Ich bin nicht sicher. Schau, wie weit ziehen wir noch. Oh, ne. Das sieht aus, als wär's weiter rechts, ne? Ja. Würdest du das auch machen? Ne. Ich weiß nicht, du wirst das nicht tragen können. Stimmt. Lass uns die Gegner mal das untereinander ausmachen. Mhm. Aber den Bomben nehme ich nur mit hier. Wegen Lager ausbauen und so. Hä? Wir hatten eine heftige Diskussion und können sich nicht mehr nehmen. Ja. Es ist nahe. Die leisten das. Wir müssen noch ein Stück laufen. Oh. Wir werden angeschossen. Wir schießen die Bäume ins Rüchten. Äh, willst du weiterlaufen? Einfach ignorieren? Ja. Geh, nimm mal den Baum mit Holz. Hier zwei Stück. Gut. Noch einer. Gönne. Hier, hier, hier. Immer schön die Umgebung im Auge behalten. So, ich nehme einen hier noch. Da ist noch einer für dich. Oh, ich glaube, der ist hier. Ich glaube, wir haben ihn gefunden. Ja, das sieht. Das stimmt nichts. Was mache ich denn nicht? Doch, da steht was. Oh. Das ist aber ein anderer. Wir müssen erstmal den machen, sonst kommt man an den anderen nicht dran. Das kommt von Ratatouille. Was geht hier ab? Das ist ja ein Dunder, das ist ja ein Junge. Alter, das ist noch einer. Ah! Warte mal. Das war der andere wahrscheinlich. Der gekämpft hat. Ja. Wenn die uns hinterher rennen, dann können wir nichts machen. Das war's. Das war's. Das war's. Das ist tot. Achtung. Du gehst von mir. Ich muss heilen. Warte. Das war's. 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 Das. Das war's. Das war's. Putzen. Ich hab's gedacht. Was hast du bekommen? Gleite Punkte. Gleite punkte. Nice. Sehr gut. Tox. Niemacht? Äh ne. Glaub nicht. Zumindest nicht, dass ich gesehen hätte. ich lute den schnell bevor er verschwindet und dunsten etwas neues ich gucke mir das gleich an was ich bekommen habe erstmal wichtig alles einsammeln und hier wir haben noch was zu tun so wie ich sehe machen aber was wir müssen unsere viecher sind noch nah dran gewesen deswegen ich glaube zumindest habe ich jetzt nicht genau gesehen aber ich vermute weil letztes mal was so da muss man erstmal meistens ein bisschen weggehen ist aber nicht so warte mal ich will nur mal gucken ob ich hier noch irgendwas habe liegen lassen hier ist auf jeden fall noch holz willst du dann mitnehmen ja ich bleibe mir schon mal wegpunkt zum nächsten unterschritt ich sehe ein lkw sich nichts das ist ein traktor was du meinst glaube ich ich habe ich vielleicht einfach nicht so eine weite sichtweite ich meine mein rechner ist scheiß kann sein aber hier ist was nicht mehr ich liebe dieses panzer war wennsgewehr oder was wenn du ein kaktus siehst dann hast du nicht mehr schlechte sicht weil da jeder die ich gesehen habe ist näher kann das so 20 meter rechts von uns war da ja okay bei mir ist nix so wir müssen aber gleich eine kleine pause machen weil ich brauch was zu trinken hier sind noch mehr bäumchen musst du mitnehmen hier sind lager und eine begleiterstation ist ja auch lieber die recycling station gibt es hier denn eine die z zum lesen okay waren hinweis über den norden wer auch immer diese nachricht findet wir sind von einem unterschlupf nördlich von einem bauernhof der hammernäs heißt also noch mal ich habe den ganzen zusammenhang nicht erfasst so warte mal wir sind von einem unterschlupf nördlich von einem bauernhof der hammernäs heißt hierher gekommen ganz im norden nahe der stadt bo am letzten tag waren wir sieben personen wir hatten eine ordentliche menge an vorräten und wir haben darauf geachtet keine aufmerksamkeit zu erregen kein lärm kein licht kein funk kontakt aber sie haben uns trotzdem gefunden da wir diese riesige vierbeinige roboter er hat sich einfach auf emin und lasse der hat was der hat sich einfach eben in und lasse geschnappt und sie weggezerrt wo hat er sie hingebracht währenddessen haben die anderen menschlich aussehenden modelle alle niedergemäht die versucht haben sich zu wehren niemand sonst hat überlebt geht nicht nach norden selbst entlegene stellen sind nicht mehr sicher viel glück sarah elf wing und wille sundberg ps schreibt ein schreibt ebenfalls auf was ihr durchgemacht und worüber ihr bescheid wisst man weiß nie eure aufzeichnungen könnten am ende jemanden das leben retten weiß bescheid auch das leben Vielen Dank.